Musik 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 ich weiß aber auch jetzt im moment nicht wo ich bin was habe ich denn da gemacht ja mach du ruhig mal da oben rum wie komme ich jetzt auch wieder hoch verdammte scheiße da wird er nicht lange überleben wenn er da da geht es auch jetzt geht es hier hoch wieder und jetzt sind wir weiter jetzt machen wir weiter hier fackel aufbauen haben wir jetzt auch trocken gelegt das Biest jetzt habe ich das Problem dass ich bald gar nichts mehr fassen kann deswegen werde ich jetzt auch gleich einen Cut machen und werde mit dem Ghost erst mal versprechen wie wir weiter verfahren wollen oh mein Gott jetzt muss ich zusehen hier Wasserflasche okay Wasserflasche können wir liegen lassen ja und dann wenn wir jetzt hier so das machen und dann haben wir hier einen vernünftigen Aufgang ja okay die Kamera ist freigelegt das ist so als wenn man so ein Dungeon bzw. so eine Bibliothek findet wo das Endtor ist ja das sind dann solche Glücksmomente wo man dann auch so ein Dungeon mit den ganzen Büchern und sowas das ist sowas was man am liebsten komplett ausräubert oh mein Gott echt das ist ich muss mir wieder was einfallen lassen okay okay Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind jetzt diese Steine. Das ist nur ein Eisenschwert. So. Nichtsdestotrotz mal ein paar Fackeln aufhängen. Eins, zwei Fackeln. Gut, Leute. Das soll's jetzt erst mal, ich sage, erst mal gewesen sein. Wir haben hier noch viel abzubauen. Es wird zwischendurch noch eine Aufnahme hier von geben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt das mal gesehen. Was mir ganz besonders wichtig war. Weil, äh, der ein oder andere, sie wird sowas ja so schnell nicht zu sehen bekommen. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich fand's eine geile Sache. Wir wollen mal hier wieder ein bisschen heller machen. Und, ähm, ja. Wir wollen auch noch hier so einiges zu tun haben. So. Ja, das machen wir erst mal so. Und dann haben wir ja hier, da hatte ich hier so ein Loch gebohrt, um an gewisse Sachen dran zu kommen. So, jetzt haben wir das wenigstens so. Machen wir hier auch noch eins hin. Hier können wir nach oben. So, diese Wände habe ich jetzt benutzt. So schön, wie sie auch sind. Andere gut, jetzt muss ich weitermachen. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen Weg vernünftig gemacht mit Cobblestone. Ähm, ja, du warst jetzt eine ganze Weile angucken. Angucken, ja, okay. Eine ganze Weile AFK. Ich habe oben noch jede Menge, ähm, ich habe keinen Platz mehr übrigens. Ich hätte, ähm, wir müssen unbedingt irgendwas jetzt uns einfallen lassen. Also entweder wir bauen uns hier eine Kiste auf, wenn du Holz dabei hast. Äh, ja, nee. Ich habe noch ein bisschen Platz, du kannst mir ja was abgeben. So, hier ist ja noch eine ganze Kamera. Wo bist du denn jetzt? Ah, nee, das ist außen. Das ist draußen. Ich dachte. Da bist du. Also... Du kannst mir mal drei Stacks geben, dann kannst du wieder was abbauen. Oh, eins und noch ein. Stacks. Nee, zwei Stacks noch. Ja. Komm her, wir können das auch zusammen stacken. Du hast auch, du hast auch Gold da, ne? Genau, du kannst mir das Gold geben. Da, da liegt das. Da, 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 da. Okay. So, ähm, hast du Fische oder sowas? Ja, ich habe Fische. Wie viel? 15. Dann gib mir die mal, dann, äh, ich habe 10. Äh, dann können wir die auch zusammen stacken. Hast du, äh, Kristalle, also Prismarinen-Kristalle? Äh, habe ich auch sieben Stück, die gebe ich dir. Genau. Dann gib du mir, äh, Prismarinen-Scherben. Davon habe ich 58. Ich habe 48, warte mal, dann gebe ich dir, dass du deinen Stack schon mal voll hast, den Rest nehme ich dann noch auf. Oder nimm sie alle. Ist ja egal. Ich habe auch schon ein paar Seeleuchten, sieben Stück. Hast du auch schon welche? Äh, nee, habe ich noch nicht. Aber du hast eine Behutsamkeit mit Kalsplitter gewinnt, oder? Ja, klar. Gut, ähm, du kannst ja schon mal die Fläschchen, die nur mit Wasser sind, rausschmeißen, weil die braucht man nicht mehr. Ja, die habe ich schon rausgeschmissen. Was meinst du, was ich schon Platz gemacht habe? So. Jetzt habe ich aber auch erstmal wieder ein bisschen Platz. So, äh, ich hatte das ja gerade schon angekündigt. Jetzt werden wir erstmal, ähm, ähm, jetzt werden wir erstmal einen kurzen Cut machen. Was heißt einen kurzen Cut? Äh, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Aufnahme bringen. Von der ganzen Geschichte. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir die Sachen auch abtransportieren. Wir müssen einen Plan machen und so weiter. Und dann werden wir weiter sehen, wie wir weiter verfahren werden, würde ich sagen. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe hier schon eine schöne Treppe nach oben gemacht. Äh, das habe ich schon zweimal gemacht. Ähm, da war er ja dabei. Und, äh, ja. Was soll ich jetzt noch um heißen Ball reden? Dann, da ist auch noch was, was ich, äh, ach, das geht auch nach außen hier. Ah, gut, okay, das ist erstmal außen. Ja, okay. Ghost, wir beenden erstmal die Aufnahme. Wir werden dann, äh, halt wie gesagt, wenn wir dann hier fortgeschrittener sind, also schon ziemlich viel weggemacht. Oder wenn wir das erste zurückbringen, dann werden wir nochmal eine Aufnahme machen. Würde ich sagen. Ja, würde ich auch. Weil es wird doch ein Haufen Arbeit sein. Ich glaube, das werden wir gar nicht alleine bewältigen. Da müssen wir den einen oder anderen dann noch was abgeben. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Nee. Du bist auch ein geiziger Hund. Ja. Nee, da kann ja hier der eine oder andere kann ruhig was abhaben. Also da sind wir ja auch nicht so. Okay, wir können einen Stein entbehren. Ja. Nein, wir machen das dann schon. Ich sage mal, du hast ja nicht ganz unrechtlich. Ich meine, ich will ja auch so früh wie möglich. Ich habe eine Idee. Was denn? Wir können ja handeln. Gegen Diamanten oder so, ne? Genau. Das ist ein sehr seltener Stein. Der hat viel wertvoller Diamanten. Diamanten kriegst du an jeder Ecke. Aber das Zeug, das ist wertvoll. Das hat noch keiner. Das Zeug hat noch keiner. Da hast du was Wahres gesagt. Wir müssen ja nicht sagen, dass wir da so viel davon haben. Wir können ja sagen, ah, das ist ein sehr seltener Stein. Ey, da. Aber ich kann ja mal etwas davon abgeben. Alf, ich bin Geschäftsmann. Das weißt du doch. Ja, ja. Gut, dass es noch eine Weile braucht, bis die Aufnahme online geht. Weil danach wird uns jeder hassen, der auf dem Surfer spielt. Also hier würde ich sagen, hier machen wir auch nochmal. Hast du zufälligerweise... Clean Stone oder sowas dabei? Ah, Kabel Stone. Ne, ich habe nada nicht an normalen Stein. Okay, ist ja nicht so tragisch. Ich komme einfach nicht dazu, einen Cut zu machen. Das ist immer wieder... Werfe ich hier neue Sachen auf. So, jetzt ist aber wirklich... Ich habe noch so einen Fisch klatschen gehört. Ja, das ist immer irgendwo. Auf jeden Fall haben wir hier auch schon einen schönen Weg nach oben und unten gemacht. Ich habe mir auch irgendwo ein Zeichen gemacht, wo es nach unten geht. Also sprich, ich habe quasi in den Fußboden reingebaut, um halt... Was hat er hier gebaut? Hier ist ja Holz. Ich muss ja irgendwie nach oben kommen. Ja, klar. Ich glaube, für eine Kiste reicht es nicht. Also ich habe jetzt zwei hier gerade abgebaut. Da ist noch eine dritte. Nein, da müsste man ja acht Stück haben. Es bringt uns auch nichts. Es bringt uns irgendwo nichts. Wir müssen das sowieso wegbringen. Eben. Dann müssen wir es ja fünfmal anpacken. Dann würde ich lieber sagen, dann lass uns irgendwann zwischendurch jetzt mal was wegbringen. Genau. Wenn wir richtig voll sind natürlich. Ja. Dann würde ich die Lampen wirklich erstmal hier lassen. Ja, jetzt habe ich sie abgemacht. Weil, ähm... Ja, ich will ja auch sagen, warum... Das Born hier ist sicher. Hä? Das Born hier ist nachher Green Bounty. Die machen den schönen Stein weg. Ja, wir müssen halt Laternen, also Fackeln aufbauen. Eigentlich nicht an den Wänden, auf dem Boden. Ja, der Boden wird auch irgendwann abgebaut. Ich weiß gar nicht, was für Illusionen du hast. Ah, Boden ist vorhanden. Aber kein zweiter Boden. Also, wir haben extra genug Fackeln mitgenommen, glaube ich. Äh, Dual, wir müssen aber auch noch die, ähm, Säulen abbauen. Wir müssen alles abbauen. Hier sind noch sehr dicke, fette Säulen. Ja, ich glaube, ich habe den Hass der Meeresbewohner auch nicht. Was hast du denn gemacht? Äh, ich bin rausge... Warum hast du das gemacht? Äh, aus dem Grund, weil ich, äh, hier ist wieder dran. Gut. Aus dem Grund, weil ich mal gucken wollte, wie tief, äh, ob hier noch eine zweite Schicht Boden ist. Dem war aber nicht so. Und dann bin ich runtergefallen. Na gut. Ich rede mich dauernd hier so, so raus. Ich habe jetzt schon zigmal gesagt, ich will jetzt, äh, endlich einen Cut machen. Und, äh, jetzt mache ich den Cut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, äh, bei der nächsten Aufnahme wieder. Und das wird auch nochmal hier sein. Äh, in diesem Sinne, alles Gute und, äh, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis denn. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020